Hey Grace Academy, liebe Studentinnen und Studenten, welcome, welcome back zu unserer zweiten Lektion bei unserem Kurs Spirit, Soul und Body. Wir haben letztes Mal die dreifältige Natur des Menschen kennengelernt. Wir haben gesehen, dass es Geist, Seele und Leib ist, das uns ausmacht. Das heisst, wir sind zuallererst Spirit, wir besitzen also nicht nur eine Seele und leben in einem Körper, wir sind Geist und Seele und Körper ordnen sich eigentlich dort herum. Das bedeutet, du bist Geist, weil Gott Geist ist und du bist im Abbild Gottes erschaffen, im Ebenbild Gottes. Und deswegen ist es so wunderbar, mit Gott auf der Ebene des Geistes zu kommunizieren. Wir können gar nicht auf der Ebene der Gefühle oder der Seele oder der Psyche mit ihm kommunizieren, sondern rein ausschliesslich through your Spirit in deinem Geist und durch deinen Geist. So, die Stelle, die Haupttextstelle, die haben wir beim letzten Mal angeschaut bei unserer Lektion 1. Wir wiederholen sie nur ganz kurz. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Es ist die Stelle, wo er sagt, euer ganzes Wesen soll Geist, Seele und Leib bewahrt und untadelig sein bei der Wiederkunft und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Du wirst bewahrt am ganzen Menschen. Und der ganze Mensch ist eben Spirit, Soul und Body. Du bist also mehr als nur ein Körper, mehr als nur deine Emotionen und Gefühle, mehr als nur deinen Willen und auch mehr als nur dein Denkorgan oder dein Verstand. Du bist Geist, besitzt eine Seele und lebst in einem Körper. In der Lektion 2, die wir heute angehen, werden wir den Aufbau des Menschen miteinander anschauen. Wir sind hier bei Punkt 3 in unserem Booklet. Ihr wisst, ihr habt ja alle die Dokumentation bekommen. Das sollte auf Seite 8 sein. Und wir schauen miteinander heute den dritten Punkt an. Wir werden den Aufbau des Menschen und nachher, ganz, ganz wichtig, wir werden auch diese Thematik der Erbsünde ein für alle Mal klären. Das ist eine grosse Verwirrung, grosse theologische Verwirrung bezüglich diesem Thema. Aber die Antworten gibt uns hier wirklich Gottes Wort. Und deswegen wollen wir die Zeit nicht unnötig verlieren, sondern gleich einsteigen bei 3.1 auf Seite 8. Der menschliche Geist am Anfang des Lebens ist lebendig. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. The human spirit. Gott ist der Vater der Geister. Das haben wir ja letztes Mal miteinander erkannt. Er gibt nichts Totes. Er gibt nur Lebendiges. Gott ist ein Gott des Lebens. Und weil er Leben ist, und weil er ein Gott des Lebens ist, gibt er bei einer Zeugung eines Menschen, wir haben auch das letztes Mal betrachtet, Vater, Mutter, Mann und Frau sind verantwortlich für das Fleisch. In der Zeugung entsteht das Fleisch. Aber der Geist, wann kommt er in den Fötus hinein? Wann wird eben der Geist implantiert sozusagen bei einer Zeugung? Ich glaube, beim ersten Herzschlag, das ist meine Meinung, wir haben das letztes Mal angeschaut. Und dann ist es eben, ist das Kind im Mutterleib lebendig. Es ist lebendig. Und das ist, was wir hier erkennen müssen. Wo keine Sünde vorhanden ist, da ist der Geist immer lebendig. Und da ist ganz, ganz entscheidend, und ich lese hier einfach aus unserem Booklet vor, als Gott zum ersten Mal den Odem und den Geist des Lebens in Adam blies, war der Geist von Adam zu Gott hin lebendig. Da war keine Sünde vorhanden, die ihn von seinem Schöpfer trennte. Also wir müssen zurück zum Ursprung. Wir müssen zurück zum Anfang und nicht aus unseren Gefühlen heraus argumentieren, was passiert im Mutterleib, was passiert mit dem Fötus. Wir müssen die Antwort im Wort Gottes finden. Heute zum Beispiel ist der Geist eines Kindes, das im Mutterleib ist, von Gott geboren. Da dieser Geist von Gott kommt, ist er ohne Sünde und hin zu Gott lebendig. Ohne Sünde. Der Geist eines Kindes im Mutterleib bei der Zeugung trägt keine Erbsünde. Er ist ohne Sünde, er ist lebendig. Der Geist eines Kindes, das vom Vater der Geister gezeugt ist, also unserem himmlischen Vater, ist zu Gott hin lebendig. Deswegen ist ein Kind nicht als Sünder geboren oder wird nicht als Sünder geboren. Wenn das Kind an der Geburt oder durch die Geburt stirbt oder abgetrieben wird, geht der Geist dieses Babys zurück zu Gott. Weil Gott der Vater aller Geister ist, geht der Geist eines gestorbenen oder abgetriebenen Kind oder Baby direkt wieder zurück zu Gott, weil Gott ist der Vater von den Geistern. Das ist auch wirklich ganz wichtig, dass wir verstehen und dass wir überhaupt diese Tragödie, dieses Drama in der Geschichte der Menschheit überhaupt auf irgendeine Weise verstehen, tragen können. So viele Babys werden im Mutterleib abgetrieben. Das grösste Drama in der Geschichte der Menschheit, unser Trost ist, jedes abgetriebene Baby geht direkt hin in den Himmel, direkt zum Vater. Weil Gott, der himmlische Vater selbst, ist der Vater, der Geister. Und für diejenigen, die einen Auffrischer brauchen, das finden wir in Hebräer 12, Vers 9, haben wir letztes Mal in der ersten Lektion miteinander betrachtet. So, jetzt wollen wir das ganz genau unter die Lupe nehmen. Paulus sagte nämlich folgendes. Paulus sagte in Römer 7 und Vers 1, Ich aber lebte, sagte er, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und jetzt wollen wir feststellen, dass Paulus zweimal, verwendete er dieses Wort Ich. Ich aber lebte, als ich ohne Gesetz war. Okay? Aber dann kam das Gebot. Und warum? Wir haben das gelernt in unserer Serie über die acht Bündnisse, die Gott mit der Menschheit geschlossen haben. Wir haben gelernt, dass das fünfte Bündnis mit Mose, wo die Bestimmung, das Gesetz Mose ist und die zehn Gebote, haben wir gelernt, dass der Grund für das Gesetz, die Bestimmungen des Gesetzes sind gegeben worden, um Sünde aufzuzeigen. Um zu zeigen, wie sehr man sündigt. So, das ist der Grund für das Gesetz. Das Gesetz zeigt dir und mir auf, wie viel und wie fest ich sündige. Und das ist der Zweck des Gesetzes. Es ist da, um einem aufzuzeigen, dass man ein Sünder ist. Und deswegen sagt er das. Als aber das Gebot kam, lebte Sünde auf. Und ich, ich, auch hier wieder siehst du, ich, ich starb. So, er starb nicht körperlich. Das ist nicht Paulus, der mit 23, sage ich jetzt, oder mit 17 Jahren einen Unfall hatte und körperlich, physisch sein Leben verlor, sein Geist starb. Das Ich, dieses dreifältige Ich, hier bezieht sich auf den Geist von Paulus. Ich in diesem Fall hier und in diesem Moment ist Spirit. Ich lebte. So, dieses Ich aber lebte, das ist der Körper, der lebt. Das ist die Seele, die lebt. Aber mit Ich beint er sein Geist, als er noch unschuldig war. Wir nennen das die Zeit der Unschuld, Innocence, nennen wir das. Sein Geist war lebendig, wie der Geist eines Babys im Mutterleib, wie der Geist eines Neugeborenen, wie der Geist eines Kindes. Spirit is alive. Als ich noch ohne Gesetz war, aber der Tag kam, wo ihm das Gesetz aufzeigte, dass er ein Sünder ist und er sündigte und dann sagte er, ich starb, ich starb. Er starb nicht physisch, nicht körperlich, er starb geistlich. Paulus war lebendig, als er in diese Welt hineingeboren wurde. Als Baby, Mutter, Leib, als Kind war er lebendig. Paulus war damals lebendig, als er in diese Welt hineingeboren wurde und bevor er das Alter der Verantwortlichkeit erreichte. Wann starb Paulus? Er starb geistlich, als er das Alter von der Verantwortlichkeit erreicht hatte. Also das, was wir hier sehen, ich starb, ich starb, das ist, ich starb, hier starb er, als er das Alter der verantwortlich. Alter der Verantwortlichkeit erreichte. Alter der Verantwortlichkeit. Und ich werde in einem Moment definieren, was das Alter der Verantwortlichkeit ist. Paulus starb geistlich, nicht physisch, als er das Alter von der Verantwortlichkeit erreicht hatte. Danach sündigte er wegen der sündhaften Natur des Fleisches. Er war gegenüber Gott nicht mehr lebendig. Um gegenüber Gott wieder lebendig zu werden, musste er mit Gott versöhnt und im Geist neu geboren werden. Und wir definieren auf Seite 9, im Absatz 2, unter 3.2, das Alter von Verantwortlichkeit. Denn alle, siehst du, alle haben was? Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt. Das ist das Alter der Verantwortlichkeit. Die Bibel sagt uns, nämlich, dass alle gesündigt haben. Jedes Kind, das vor dem Alter der Verantwortlichkeit stirbt, kehrt zurück zu Gott, weil sein Geist sündlos ist und weil sein Geist vom Vater der Geister, unserem himmlischen Vater, gegeben wurde und entstanden ist. Erst als das Gesetz kam, siehst du, als das Gebot kam, erst als das Gesetz kam, lebte Sünde auf. Deswegen muss ein Kind nach dem Alter der Verantwortlichkeit von Neuem geboren werden. Darum sagt uns die Bibel, alle haben gesündigt. Bis zum Punkt der Verantwortlichkeit sind alle unschuldig. Ab dem Punkt der Verantwortlichkeit sind alle schuldig. Und jetzt lesen wir weiter. Ein Kind, das das Alter der Verantwortlichkeit erreicht hat, wenn du so willst, oder lass mich das hier nochmals wiederholen, jedes Kind, das vor dem Alter der Verantwortlichkeit stirbt, kehrt zurück zu Gott, dem Vater der Geister. Deswegen muss ein Kind nach dem Alter der Verantwortlichkeit von Neuem geboren werden. Ein Kind erreicht das Alter der Verantwortlichkeit, wenn es weiss und erkennt, was richtig und was falsch ist. Das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Zu unterscheiden. Nicht Fehler zu machen. Zu unterscheiden. Bewusst. Im Verstand. Bei Klarheit. Klar im Kopf zu sein. Wissen. Das ist Sünde. Das ist falsch. Das ist Gott. Das ist nicht Gott. Zu wissen. Okay. Zu unterscheiden. Das Richtige vom Falschen unterscheiden zu können. Schliess den Verstand ein. So der Verstand eines Kindes muss entwickelt sein. Zu diesem Punkt hin. Wo man sagen kann, man kann es zur Rechenschaft ziehen. Und das kannst du einen Neunjährigen nicht. Das kannst du einen Fünfjährigen nicht. Okay. Also es muss verstehen und der Verstand muss entwickelt sein. Das Richtige oder das Falsche zu tun, schliesst auch den Willen ein. Wir sind heuer wieder auf der seelischen Seite. Verstand und Wille sind in der Seele angegliedert. Eine Person, wenn eine Person das Alter der Verantwortlichkeit erreicht und diese Person es vorzieht, das Falsche zu tun, sündigt diese Person und ihre Seele und ihrem Geist gegen Gott. Infolgedessen wird die Person dann von Gott getrennt. Und das ist die Situation. Alle haben gesündigt. Wenn also dieser Punkt der Verantwortlichkeit gekommen ist und sie dann bewusst sündigen, dann sündigt diese Person in ihrer Seele und in ihrem Geist gegen Gott. Und dann geschieht eine Trennung. Und dann passiert das, was Paulus sagt. Alle sind schuldig. Alle haben gesündigt. Aber bis zu diesem Alter, bis zu diesem Alter der Verantwortlichkeit, ist das nicht der Fall. Ist das Kind nicht schuldig. Ist, wenn etwas passiert, dem Kind etwas zustösst, ist es gerettet. Ist es unschuldig. Hat nie seine Unschuld verloren. Und eben den dementsprechend rein. Clean. Rein im Geist und unschuldig. Und hier stellt sich uns die Frage, Ja, wann ist dann dieses Alter erreicht? Wann ist dieses Alter erreicht? Ein Baby ist ein unschuldiges. Aber wann kommt und wann ist dieses Alter erreicht, wo das Reine und die Unschuld flöten geht, wenn du so willst? Unter dem Gesetz, das heisst auch im jüdischen und im jüdischen Judentum, der Kultur, sowie auch im Brauchtum, aber auch unter dem Gesetz, findet man einen Anhaltspunkt dazu. Es gibt dort eine sogenannte religiöse Bar-Mitzvah-Feier. Und diese religiöse Feier zur Mündigkeit, das heisst, aus einem Kind wird ein mündiges Wesen, erwachsenes Wesen, das findet mit zwölf bis dreizehn Jahren eben statt. Mit Vollendung des dreizehnten Lebensjahres entfaltet sich beim jüdischen Jungen die göttliche Seele zur Gänze. Und der junge Mann ist deshalb von nun an zur Erfüllung aller Thora-Gebote verpflichtet. Der mündig Gewordene spricht auch das Busgebet, das Tachanum. Es ist eine Art privates Gebet, es wird individuell gesprochen. Es enthält ein Bekenntnis der eigenen Sünden und ein Flehen um Erbarmen. So, da gibt es also einen religiösen Ablauf, einen religiösen Brauch in dieser Mündigkeitsfeier. Und diese findet eben mit zwölf respektive mit dreizehn Jahren, findet diese für Jungen und Mädchen, findet das dann statt. Jetzt, wie gesagt, das ist ein Anhaltspunkt. Was wir nicht tun dürfen ist, wir dürfen jetzt nicht sagen, bei jedem, der das zwölfte Lebensjahr erreicht hat, ist das genauso in unserer westlichen Welt. Nein, ich würde mal sagen, und ich denke, dass wir einen guten Anhaltspunkt haben, aber um das Alter der Verantwortung definieren zu können, würde ich jetzt mal sagen, handelt es sich vermutlich, und das kommt jetzt auf verschiedene Dinge drauf an, vielleicht auch auf die Erziehung, auch auf das Umfeld, wo ein Kind aufwächst, sind wir in einer Zeitspanne, in einem Zeitrahmen vermutlich zwischen zwölf und fünfzehn Jahren. Irgendwo da drin, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, wird vermutlich dieses Alter der Verantwortlichkeit erlangt sein. Und dann kommt dieser Tag, wo uns eben Paulus sagt, alle haben gesündigt. Also von diesem Tag an, würde man sagen, würde man zu diesem Punkt kommen. Und ein Kind kann das auch spüren, dass es eben verfehlt hat, dass es einen Fehler gemacht hat, dass es gesündigt hat. Was macht dann zum Beispiel ein gläubiges Kind? Wenn ein gläubiges Kind gläubig erzogen wurde und es geht seit Kindheit an, jeden Sonntag in den Gottesdienst oder befasst sich mit geistlichen Dingen oder hört die Eltern beten oder Abendmahl nehmen, nimmt das Abendmahl mit und, 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 und. Und kommt dann trotzdem ja auch immer, jeder Mensch kommt ins Alter der Verantwortung, aber es wird gläubig erzogen. Dann glaube ich einfach, dass dann in diesem Moment so wie ein automatischer Übergang geschieht. Ein Kind spürt das, ein Kind merkt das. Es betet auch dann schon zum Teil selber, bittet vielleicht Gott dann um Vergebung. Und dann kommt eben auch diese neue Geburt. Und bei vielen Kindern, die gläubig erzogen wurden, die können dir nicht genau sagen, ich weiss nicht, wo ich diesen Tag hatte, der neuen Geburt. Das war bei mir wie so ein fliessender Übergang. Ich hatte mal ein schlechtes Gewissen, spürte mit 13, 14, das war falsch, habe Gott neu aufgenommen, neu empfangen. Und dann ist es so wie ein automatischer, ein fliessender Übergang. Andere Leute können sagen, wow, das ist der 13., was weiss ich, März oder 15. August, das war mein Tag der Wiedergeburt. Da bin ich beim Altarruf nach vorne gegangen, habe mein Leben Jesus hingelegt, war allerdings 45. Also das ist dann halt eben dieser Unterschied. Bei Erwachsenen ist es dann zum Teil mehr bewusst, aber bei gläubigen Kindern kann es wirklich auch, und das schreiben ja wir hier auf Seite 10, wir werden gläubig erzogene Kinder gerettet. Es kann einfach ein Übergang stattfinden. Wenn dieser Tag der Verantwortlichkeit kommt, was macht ein gläubiges Kind dann ganz unbewusst? Dass es ja im Glauben und in Christus erzogen wurde. Was macht es dann ganz unbewusst? Es spürt, dass es sündigte und nimmt danach Jesus ganz normal und einfach neu an. Es ist ein fliessender Übergang. Wir müssen keine Angst haben, Kinder im Glauben zu verlieren, denn sie spüren, dass sie etwas falsch gemacht haben und glauben einfach neu an Jesus. So wurden sie erzogen. So dürfen wir jetzt auch nicht eben immer ein Wunder erwarten. Oh, ich habe meinen Sohn, meine Tochter, 15 Jahre lang gläubig erzogen und sie können mir gar nicht sagen, ob sie einen Tag der Wiedergeburt hatten. Preis dem Herrn. Du hast sie erzogen und hast einen guten Job getan, weil deswegen kann dieser Übergang einfach so fliessend sein. Sie spüren es und sie machen das Hingabegebet erneut, vielleicht sogar ganz alleine am Abend im Bett, wenn niemand zuschaut, niemand hinhört und werden neu, kommen neu vor den Herrn und empfangen ewiges Leben. Preis dem Herrn. Und das ist oftmals eben auch der Fall. Genauso wie Menschen ein Wunder erlebten am Tag der Wiedergeburt. Preis dem Herrn. So, wir sehen also mit dieser Aussage von Paulus, Sünde lebte auf und ich starb, haben wir ja hier vorher gesehen, ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als das Geburt kam, lebte Sünde auf und ich starb alter der Verantwortlichkeit, weil er hier nicht von seinem physischen, sondern von seinem geistlichen Tod sprach. Und wenn wir jetzt das noch etwas genauer anschauen, Ja, was ist dann jetzt Erbsünde? Gibt es diese Erbsünde? Die meisten Leute meinen, dass Erbsünde etwas mit meinen Eltern zu tun haben, die mir etwas Schlechtes vererbt haben. Und die meisten Leute denken, Erbsünde sind die Sünden meiner Eltern, die ich automatisch mit im Mutterleib auf meinen Lebensweg mitbekommen habe. Und das ist, was die meisten Leute denken, dass das Erbsünde ist. Und deswegen glauben sogar Leute, dass wenn Kinder im Mutterleib verloren gehen oder bei der Geburt oder abgetrieben werden, dass sie dann verloren sind. Aber das ist nicht das Wort. Das ist nicht die Bibel. Wir haben es vorher klar gesehen, Paulus lebte bis zum Tag der Verantwortlichkeit. Was ist die Erbsünde? Erbsünden sind nicht Sünden der Eltern, die auf ein Un- oder Neugeborenes übertragen werden. Erbsünde ist die Sündennatur von Adam. Es ist die Sünde Adams. Das ist, was Erbsünde ist. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen, einen einzigen Menschen, Adam. Hier wird sogar noch explizit in der Neuen Genfer Übersetzung uns zur Sicherheit nochmals gesagt, wer hier gemeint ist. Nicht du, nicht ich, Adam. Hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Denn alle haben gesündigt. Das ist Erbsünde. Und nicht die Sünde im Mutterleib. Nicht die Sünde auf einem Ungeborenen. Die Erbsünde ist die Sünde Adams, als Adam sündigte. Das ist die Erbsünde. Es ist also nicht von einer Person zur anderen übertragen, von Mutter auf Kind, von Vater auf Kind übertragen, sondern der Zustand der Menschheit ist die Erbsünde. Die erste Person, die davon betroffen war, das war Adam selbst. Zu allen Menschen ist der Tod gekommen, sagt er uns hier. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass die Erbsünde nichts damit zu tun hat, ob du oder deine Eltern gesündigt haben, wie es Jesus uns erklärt, dann haben wir verstanden, dass die Erbsünde nicht durch unsere Eltern kam, sondern durch Adam. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, das ist Jesus gemeint, wer hat gesündigt? Fragezeichen. Wer hat gesündigt? So, dass dieser blind, siehst du, geboren ist. War es er oder seine Eltern? So, in der Zeit Jesu vor 2000 Jahren hatten sie dieselben Fragen wie wir heute. Sie hatten dieselben Probleme und sie hatten dieselben Fragen. Nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt zieht ihr die Antwort vom Herrn an. Was ist die Antwort von unserem Herrn Jesus? Eine grossartige Antwort. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Und ich mag das zusammenfassen mit weder noch. Weder noch hat gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Also Jesus zeigt uns hier auch, was dann für ein Heilungswunder geschieht. Das Wunder des Blindgeborenen, der geheilt wird. Ein messianisches Wunder. Und er sagt hier aber, weder noch, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Wow. Was für eine Antwort. Was für eine grossartige Antwort. Für all diejenigen, die darunter gelitten haben. Dass sie dachten, dass sie unter der Erbsünde ihrer Eltern stünden. Habe ich Good News. Die gedacht haben, dass sie das herumschleppen müssen in ihrem Leben. Diese Probleme mit sich herumschleppen. Diese Dinge, diese körperlichen Defekte, diese DNA-Defekte mit sich herumschleppen. Wegen ihren Eltern. Habe ich Good News. Es geht nicht um die Erbsünde deiner Eltern. Es geht um die von Adam. Und deswegen ist Jesus gekommen. Jesus gekommen, ging ans Kreuz, trug diese Krankheit, die du auf dir hast, und lud sie auf sich, damit du Heilung empfangen kannst. Und für all diejenigen, die gerade jetzt das Gefühl hatten, Jahre und Jahrzehnte lang, dass sie mit dieser Krankheit belastet waren, weil sie sie von ihren Eltern geerbt haben. Die Medizin mag das sagen. Der natürliche Bereich mag dir da recht geben. Aber Jesus kam und hat sie dir abgenommen. Er hat die Sünde nicht nur von Adam abgenommen, er hat die gesamte Erbschuld Adam auf sich geladen, damit du jetzt geheilt werden kannst. Da habe ich Good News. Du brauchst nicht länger in diesen Gedanken zu sein, dass du diese Sünde herumtragen musst, dass du für etwas bezahlen musst, was deine Eltern oder Grosseltern verkehrt gemacht haben. Christus hat am Kreuz bezahlt, damit du frei sein kannst, damit du geheilt sein kannst, damit du wiederhergestellt sein kannst. Gerade wo jetzt das Problem ist, leg deine Hände dort auf. Ist es ein innerliches Problem, ein Organproblem, ist es ein mentales Problem, leg deine Hände dorthin und im Namen Jesu Christi bist du jetzt frei von jeglicher Schuld, von jeglichem Generationenfluch, von jeglicher Erbssünde, hat die Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz freigesetzt. Und ich spreche Freiheit, Heilung, Deliverance and Healing, denn er ist unser Heiler, er ist unser Arzt, in dein Körper hinein. Und das, was du mit chronisch herumgenommen und herumgeschleppt hast und nicht wusstest, ob du das tragen musst oder nicht oder ob deine Eltern dafür verantwortlich sind, du bist frei von dem jetzt. Zuerst in deinem Kopf, in deinem Gedanken, dann in deinem Herzen und Heilung wird jetzt kommen. In Jesu Namen preis dem Herrn, empfange die Heilung. Das ist das Wort, das ist das Kreuz. Das Wort, er sandte sein Wort und er machte dich gesund. Psalm 107. Jesus sandte dieses Wort, dass der Träger der Sünde, der Sündenlast, der Erbssünde, er selber ist. Und dass du nicht unter der Erbssünde von Eltern stehst, sondern es ist die Erbssünde von Adam. Und Jesus ist der letzte Adam, der das, was der erste Adam verbrochen hat, an die Wand gefahren hat, Jesus als zweiter, als letzter Adam repariert hat, ja sogar neu gemacht hat. Deswegen sind wir eine neue Schöpfung. Die Wiedergeburt ist das grösste Wunder und mit der Wiedergeburt kommen alle Geburtsrechte für dich, Heilung, Befreiung, Deliverance, all das ist ein Geburtsrecht der neuen Geburt. Preis dem Herrn. Halleluja. Amen. Empfange es, nimm es und empfange es. Die falsch verstandene Theologie der Erbssünde haben wir jetzt aufgelöst. Halleluja. Denn die Erbssündentheologie ist eine sehr gefährliche Theologie. Sie kann Menschen jahrzehntelang, ein Leben lang in Gebundenheit halten, weil sie eine falsche Perspektive davon haben, was eben eigentlich Gottes Wort sagt. Sie denken, sie seien diejenigen, die bestraft werden würden. Dabei geht es zurück bis Adam. Dort hat der letzte Adam das erledigt, damit du frei sein kannst. preis dem Herrn. Wenn wir hier noch etwas weiter gehen, dann wollen wir, lass mich schauen, noch das anschauen. Jesaja 49 am Vers 25. Schauen wir, was es hier heisst. Ja, so spricht der Herr. Auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden und die Beute des Tyrannen soll entfliehen. Denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft und ich werde deine Kinder preis dem Herrn erretten. Amen. Ich werde deine Kinder erretten. Da gab es noch nie ein Baby im Mutterleib, das verloren gegangen ist aufgrund von Abtreibung oder natürlichem Tod, das nie geboren wurde, das verloren gegangen werde. Der Herr wird unsere Kinder retten. Da gab es noch nie ein fünfjähriges, siebenjähriges, neunjähriges, zehnjähriges Kind, das sein Leben verloren hat und es wäre verloren gegangen. Der Herr hat unsere Kinder gerettet. Erst ab dem Alter der Verantwortlichkeit, wenn unser Verstand völlig ausgereift ist, deswegen gibt es da eine Zeitspanne, wir nicht genau sagen können, wann exakt, aber erst ab diesem Zeitpunkt, wenn aus einem Kind ein Erwachsener wird und geworden ist, erst dann ist das Alter der Verantwortung gegeben und dann empfangen wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser und werden von Neuem geboren. Bis dahin wird der Herr und hat uns verheissen und ich werde deine Kinder erretten. Amen. Preis dem Herrn. Solltest du betroffen sein, dass du ein Kind verloren hast, im Mutterleib oder nach Geburt oder als Kind und das sind Dramas und tragische Geschichten, Tragödien, dann ist es immer etwas fürchterlich, etwas Schlimmes, aber du darfst sicher sein, du wirst es wiedersehen. Amen. Denn das ist auch das, was uns David sagt. David sagt uns, nun aber, da es Tod ist und damit meint er eben, das Kind, das geboren wurde, aus dem Ehebruch mit Bazeba heraus. David begann Ehebruch mit Bazeba, daraus entstand ein Kind, da es Tod ist, es wurde krank und es starb. Was soll ich fasten, sagte er. Was soll ich weiter? David hat alles getan, er hat gebetet, er hat gefastet, David hat alles getan, damit das Kind eben geheilt würde, nicht gerettet würde, geheilt würde, weil es krank war und all das hat nicht geholfen. Da sagt er am Schluss, kann ich es wieder zurückholen? Und die Antwort ist eben, nein, ich werde wohl zu ihm gehen. Schau dir das an. Ich werde wohl zu ihm gehen. Er sagt, ich werde zu ihm gehen. Und wir wissen von König David, dieser König ist ein König auf ewig. Seine Dynastie hat die Verheissung von einem ewigen Thron. Dieser Mann war gerettet. Dieser Mann ist ein gerechter Mann im Alten Testament. Waren sie gerecht? Dieser Mann ist ein gerechter Mann. Dieser Mann war gerettet. Er wird im tausendjährigen Reich zurückkommen und über Israel regieren als König aus Jerusalem heraus. Er hat einen ewigen Thron und Christus ist der, der ewig auf dem Thron setzt. Aber David wird auch auf dem Thron für tausend Jahre sitzen. So, dieser Mann ist gerecht. Dieser Mann ist gerettet. Und wenn ein geretteter Mann sagt, ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren, dann bedeutet das, er wird es im Paradies sehen. Er wird es in der Herrlichkeit wiedersehen. Er wird es im Paradies sehen. Er wird es im Himmel sehen. Dieses Kind, das er trotz seiner Sünde im Ehebruch oder durch Ehebruch mit Batzeba verloren hat, wird er wohl wiedersehen. Er wird wohl zu ihm gehen. Dieses Kind ging direkt in den Himmel, nachdem es gestorben war und ist nicht verloren gegangen. Nochmals, der Herr, ich werde deine Kinder retten. Was für eine wunderbare Verheißung. Ich werde deine Kinder retten. Was für ein wunderbarer, liebender Vater wir doch haben. Wir haben jetzt geklärt, dass die Erbssünde nicht eine Sünde ist, deiner Eltern, die auf dich im Mutterleib gelegt worden sind. Wir reden hier von der Sünde von Adam. Das ist die Erbssünde. Und diese Erbssünde hat der letzte Adam auf sich genommen. Halleluja. Preis dem Herrn, damit wir frei sein können von jeglichen Generationen, Flüchen und Generationen schuld. Und dazu möchte ich noch Folgendes sagen. Zweitens, Kinder sind gerettet. Wenn sie sterben sollten, sind sie gerettet. Babys sind gerettet. Denn die erste Person, die Jesus erkannte, war ein ungeborenes Kind. Wir sehen in dieser Geschichte von Lukas 1 keine Erbssünde. Wir sehen aber eine Person, die Jesus erkannte, bevor sie geboren wurde. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte. Okay? Wir sind ja verwandt. Elisabeth und Maria hörte. Da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Elisabeth trägt Johannes den Täufer in sich. Maria, Jesus, den Retter. das Kind hüpfte. Das Kind Elisabeth hüpfte in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und rief mit lauter Stimme und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, siehe, sagt sie, so wie der Klang deines Grusses in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. So beide Schwangere, beide Schwanger, sie treffen aufeinander und sie hörte den Gruss. Oh, was für eine Antwort, was für ein Erwiderer von diesem Ungeborenen im Marias Leib, von Johannes, dem Täufer, das Ungeborene spürt nicht nur, wow, Maria, die Mutter Gottes kommt in den Raum. Nein, 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 nein. Merkt, dass die Frau, die im Raum ist, die gesegnetste ist unter allen Frauen, weil die Frucht ihres Leibes Jesus in ihr so gesegnet ist, dass der Ungeborene, das Ungeborene in Elisabeths Bauch vor Freude springt im Mutterleib, vor Freude hüpft. Ich meine, nur schon das, hüpft, die meisten Schwangeren wissen, wie wenn das Baby anstosst mit einem Füsslein oder Ärmchen, wie heißt es, das Baby hüpfte, doang, doang, amazing, amazing. So, die erste Person, die Jesus erkannte, war ein ungeborenes Kind, das auch diese Geschichte sagt uns, ungeborene Kinder, falls sie ihr Leben verlieren sollten, erkennen immer Jesus. Sie gehen nicht verloren, weil es da keine Erbssünde gibt. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich glaube, wir haben das genug verständlich in dieser zweiten Lektion übermitteln können und anhand von Geist, Seele und Leib auseinanderhalten können. Hätten wir eben diesen Kurs nicht, würdest du nicht verstehen, warum wir so trennen müssen, warum wir Geist, Seele und Leib trennen müssen, weil die Seele und der Leib, das ist das, was die Menschen sehen, das ist dort, wo sie Sünde identifizieren, aber der Geist eben bis zum Alter der Verantwortlichkeit ist innocent, ist unschuldig, ist rein. Weil er vom Vater der Geister kommt, ist der Geist so lange rein, bis dieses Alter erreicht wird. Halleluja. Was für ein grosser Trost für all diejenigen, die betroffen sind, für all diejenigen, die gelitten haben unter der Theologie dieser Erbsünde, von dieser Lektion an seid ihr beide frei. Beide Gruppen, die einen Verlust erlebt haben oder die gelitten haben unter dieser gefährlichen Theologie der Erbsünde. David, was tat er noch zum Schluss? David, er gab einen Verlust die richtige Antwort. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Es wird nicht wieder zu mir zurückkehren, aber ich werde wohl zu ihm gehen. Was ist das Nächste, was David tut? Er wäscht sein Haupt, sein Angesicht, er sitzt zu Tisch und er fängt wieder an, Kraft zu gewinnen mit Essen und trinken und sein Leben normalisiert sich jedem Verlust in unserem Leben müssen wir eine geistliche Antwort geben. Jedem seelischen Verlust, jedem seelischen Problem, jeder seelischen Herausforderung in deinem Leben, gib keine seelischen Antworten, gib keine körperlichen Antworten, gib jedem seelischen Problem und jedem Verlust eine geistliche Antwort und das war seine geistliche Antwort. Ich werde zu ihm gehen, es kommt nicht zurück, aber ich werde es wieder sehen. Was für eine Antwort. Er wäscht sich, macht sich auf, zieht sich an, sitzt zu Tisch, isst und trinkt und er regiert sein Königreich. Preis dem Herrn. Das ist die richtige Antwort. Gib jedem Verlust die richtige Antwort. Es ist gut, eine Zeit zu trauern. Es ist wichtig, dass du trauern kannst, aber trauere nicht über deine Zeit hinaus und trauere nicht zu lange, denn das Leben geht weiter. Und wenn du einem Verlust die richtige Antwort gibst, preis dem Herrn, ist es, weil du Hoffnung hast. Die Hoffnung, die dir niemand nehmen kann, denn die Ewigkeit ist realer als das Leben, das du jetzt lebst. das, was kommen wird, ist viel gewisser und viel realer als gerade jetzt, was du jetzt tust. Amen und Amen. So, die Lektion ist abgeschlossen. Wir werden dann in die dritte Lektion hineingehen. Hat mich sehr gefreut, diese befreiende Botschaft wirklich euch weitergeben zu können. Teilt diese Message, empfehlt die Schule wirklich, weil Gott ist dabei, uns frei zu setzen und von unseren Wunden zu heilen und das ist, wie er ist. Er ist Retter jeden Tag, denn das ist das, was er tut. It's his job to save you. Dich zu retten von falschen Ansichten, dich zu retten von falschen Entscheidungen von früher, von Dingen, die du als Verlust erlebt hast. Der Herr ist ein Retter, er ist unser Retter. He's your Savior, he's Savior King. Amen und Amen. Schön wart ihr da, wir sehen uns in Lektion 3, bis bald, tschüss, bye bye.